Seele, du siehst eine große Menschenmenge, die sich in einem Hof versammelt hat. Dieser Mann steht mitten unter ihnen. Er hat sich einen Umhang über den Kopf gezogen und hält ihn am Hals geschlossen. Die Menge hat sich um eine Plattform versammelt, wo alle von ihnen gebannt zusehen, wie ein Mann von zwei Mitgliedern der Stadtwache auf die Plattform geführt wird. Der Mann, an den Händen und Füßen gefesselt, gibt sich wie ein Edelmann und würdigt die Menge keines Blickes. Der verhüllte Mann zieht sich den Umhang noch mehr ins Gesicht und wendet sich zum Gehen, wobei er sich vorhin überbeugt, um nicht erkannt zu werden. Ein Ausrufer auf der Plattform errollt einen Pergament und beginnt zum Lesen. Der Mann achtet nicht darauf, sondern sieht zu, dass er den Ruf verlässt. Während des Vorlesens wird die Stimme des Ausrufers immer lauter und intensiver. Stimmen aus der Menge beginnen seine Sätze zu unterstreichen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich, auf die der verhüllte Mann zuckend und mit hängenden Schultern reagiert. Als der Ausrufer zum Ende seiner Ausführung kommt, löst er sich aus der Menge und erreicht den Rand des Hofes. Bis auf gelegentliche Rufe ist die Menge wieder leise geworden. Der Mann dreht sich wieder zur Plattform und sieht, wie sein Vater mit entblößtem Hals vor dem Block kniet. Der Scharfrichter bezieht Stellung und hebt sein Beid zum Schlag nach oben. Der Mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab. Dann hört man ein nasses, dumpfes Geräusch, gefolgt von Jubeln und Applaus der Menge. Er lehnt sich gegen die Mauer, sammelt sich wieder und richtet sich auf. Mit offensichtlichem Schluss geht er von der Menge und seinem Vermächtnis weg. Okay, der hat wohl seinen Vater verloren, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und du? Du siehst ein paar makellos polierte Lederstiefel und einen tadellos gefekten Spitzbart. Ihr Besitzer ist ein Mann mit leicht gekrümmter Nase, schämischen Grinsen und schmalen Augen. Er hebt seinen gefederten Hut, als er an einem Kaufmann vorbeiläuft, ein kleines Stück Pergament fest in seiner Faust gehalten. Die fahlen Finger von Tinte verfärbt. Scheinbar kennt er die meisten Kaufleute auf dem Marktplatz, denn er hält an, um sich mit einigen zu unterhalten. Während der anderen zunigt und sogar mit manchen kleine Güter aus tauscht. Dabei lächelt er stets und tauscht lachend Sticheleien aus. Er nährt sich mit einem unnachgiebigen Grinsen einer stämmigen Armourer und scherzt über das Wetter. Auch sie macht Witze, während sie ihm unbemerkt einige Goldmützen zusteckt. Als er weiterläuft, ist das Papier aus seiner Hand verschwunden, das Lächeln auf seinem Gesicht weitaus natürlicher. Er tippt sich an den Hut, zwinkert ihr zu und zieht mit neuem Schwung weiter. Also ein Schurke würde ich mal annehmen. So, was haben wir hier drin? Oh, was zu essen, was die Erschöpfung verringert. Das nehmen wir doch mal mit. Und hier die Beeren. Oh, noch mehr Frühlingsbeeren. So, dieses Haus hier scheint verlassen zu sein. Gucken wir trotzdem mal rein. Oder wir wissen nicht, wem das Haus gehört. Das kann auch sein. Ah, wieder Leuten, die wir angucken können. Getreide, Öl und Bier. Und hier hinten liegen Säcke mit Getreide. Hinter dem Sack wuzzeln Ratten umher. Okay. Gut, den beiden will ich nicht unbedingt jetzt zuhören. Ich will jetzt doch das Gehen, wozu man mir, äh, das Machen gehen, wozu man mir geraten hat. Nämlich einmal übernachten. Die Zeit läuft weiter auf der Karte. Wahrscheinlich sogar etwas schneller. Hoffe ich mal. Alla Taggriff. Eder, da mit dem haben wir schon gesprochen. Und ansonsten waren wir bis auf der Windmühle überall. So, dann rasten wir jetzt einmal, jetzt wo wir genug Geld dazu haben. Ansehen, was ihr zu verkaufen habt. Also wir könnten bei ihr Essen kaufen und auch Tränke für Regeneration. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Abenteurer rekrutieren. Ach, das will ich mal kurz ausprobieren. Deswegen mache ich vorher mal einen Quick Save. Abenteurer. Ach, sag bloß, ich kann mir da eigene Charts erstellen. Kauf eines neuen Abenteures abbrechen. Ja. Ne, da habe ich eigentlich nicht so den Drang dafür. Ich hoffe, das Geld ist noch da. Ja, scheint noch da zu sein. Das finde ich jetzt ein bisschen, naja, wenn man sich selbst erstellte Gruppenmitglieder anheuern kann. Da laufe ich lieber ohne rum. Ich hätte gerne ein Zimmer. Geh, wirst du bist hier willkommen. Wir hätten gerne einen Rastort. Gucken kurz vorher ins Versteck. Nutzgegenstände. Reis. Austaus. Achso, die Sachen sind einfach wirklich nur zum Essen. Und dann nehmen wir noch das Bier raus. Handwerk, Nahrung. Ne, die Sachen können wir auch verkochen. Zu Rinderbraten, zu Eintopf und zu Perlholzhuhn. Yummy. So, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Du schläfst ruhelos und fieberhaft und im Schlaf wirst du von Gezisch und Geflüster attackiert, über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke liegt. Du öffnest deine Augen, um aufzuwachen und findest dich vor dem Galgenbaum in Goldtal wieder. Das Knarzen der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäumt ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallene Frucht nach innen gesunken ist. Ihr Kopf hängt schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch weniger Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist. Urplötzlich reißt sie ihren Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf. Die dahinterliegende riesige Leere lässt dir den Magen in die Knie sinken. Sie öffnet langsam den Mund und begleitet von einem widerlichen Luftstoß, dringt ein einzelnes Wort an deine Ohren. Wächter Du reißt dich aus dem Traum, aber der üble Geruch der Zwerge steht dir noch immer in der Nase. Der Schweiß läuft dir in dicken Tropfen vor der Stirn und deine Haut ist von Kopf bis Fuß schweißnaß. Du erinnerst dich an die Frau. Du erinnerst dich daran, ihr verfallenes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Obwohl dich das mit einer mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen. Auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Jo, machen wir gleich. Vorher gucke ich mir mal kurz an, was auf dem Tisch liegt. Zeug, was wir einfach so mal mitnehmen können. Also wo der Magier hier wohl keine... Oh cool, der trägt sogar sein Buch hier öffentlich unterm Arm. Keine Scham vorhat, es mitgehen zu lassen. So, gucken wir mal kurz. Das kann er auch gleich mal in seinen Squickslot legen, den Trank. Und wir sollen uns jetzt... In meinem Traum hörte ich die Stimme einer Frau, einer toten Frau, die an einem Baum im Zentrum von Goldtal hängt. Es mag zwar nichts anderes als ein Traum gewesen sein, aber er wirkte merkwürdig real. Ich versuchte dorthin zurückzukehren, um mich selbst davor zu überzeugen, ob was da heran ist. Mein Zustand ist unverändert, und ich kann nicht gut schlafen. Ja, der Baum ist hier. Und sie leuchtet. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwerge im Baum ist von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Geigenstriks durchbiegt. Das aufgedunstende Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressenes Leinen aussieht, stimmt sich über das Seil, an dem sie hängt. Und ihr lebloser nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Nach der Frau greifen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrieren, wo ist die Tiefluft, als du ausatmest? Wo ist die Tiefluft? Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach der hängten Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem ungewohnten Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es deinem Verstand einen plötzlichen Ruck, ein klingendes elektrisches Aufbranden von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einem Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, start sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, die du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun in einer nebligen Leere steht. Die Frau liegt dir langsam zu, was das Seidkratzen quittiert und lächelt dich an. Bist du wegen mir hergekommen, Schätzchen, oder hast du dich verlaufen? Sie kneift ihre Augen zu, als du zu ihr hinabspielst. Ah, ich glaube beides ja. Bin ich mir das ein? Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir das nicht mehr. Es wäre einfacher. Sie überlegt einen Moment lang und schaut an ihren eigenen schlaffen Körper hinab. Nein, glaube ich nicht. Ihre Zunge schnallt und sie schült ihren Kopf. Ach, wie schade. Wäre doch einfacher gewesen, gar eine Gnade, sich keine Fragen mehr stellen zu müssen. Sonst leider sind wir hier, du und ich. Wobei sich die Frage stellt, wo hier sein könnte. Wie kannst du noch mit mir sprechen? Ist das was wir tun? Vielleicht sieht es nur so aus. Vielleicht ist es der einfachste Weg, um deine Geist zu verstehen. Ich denke, es ist eine sehr gute Wahl. Kaldra bewegt ihre Zunge so im Mund herum, als ob sie ihn überprüfen würde. Ist es das, was wir tun? Vielleicht scheint es auch nur so zu sein. Vielleicht ist es der einfachste Weg, für deinen Verstand es zu verstehen. Sie lächelt dich mütterlich an. Ich glaube, es ist eine äußerst gute Wahl. Ich glaube, ich habe ein Biavac überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Kaldra schätzt dich einen Augenblick lang mit gelehrtem Interesse an, bevor sie mit ihrem fröhlichen Verhalten fortfährt. Wirklich, Schätzchen? Na, das wäre aber was, nicht wahr? Könnte Glück sein, könnte wirklich so sein. So ein Sturm könnte ein nachlässiges Ding sein. Oder vielleicht hatte er deine Seele schon in den Händen, konnte sie aber nicht hochnehmen. Wenn eine Seele im Lauf ihrer Existenz in einem Stück geblieben ist, kann sie nämlich ganz schön schwer sein. Üblicherweise nennen wir Experten sie starke Seelen. Sie denkt über etwas nach und lächelt traurig. Nanten, meine ich. Nanten. Diese Tage liegen jetzt alle hinter mir, nicht wahr? Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht, als ob sie ein Kind trösten würde. wie leer. Und an, schmerz,